So, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde. Warte mal, kann ich vielleicht irgendwie, ich muss, warte mal, ich muss einfach mal was einstellen. Alter. Hi, hier, Kantenglättung, 8, Sumus-Filterung, 8, Gamepad, ja. Nehmen wir mal, bei 16, ja, speichern. Ja, damit... Was dann? Und damit herzlich willkommen zu Landwirtschaftssimulator 2011. Ja, mal ein kleiner Rückblick ins alte Spiel. Mal gucken, da könnt ihr mal vergleichen, wie die Grafik sich in den Zeiten geändert hat. Überlegt mal, so einen Weg von 2011 bis 2019. Wie werden wir, guckt mal. Ich will irgendwie Sims 4 haben. Das ist zu teuer. Ja, ich... Wir werden jetzt noch mal 5, 6 Minuten spielen hier. Boah, ist das schon mal laut, das kann ich es leider gerade nicht ändern. Sagt mal. Los, spring an! Boah, das ist laut. Boah, das ist laut. Boah, das ist laut. Boah, das ist laut. Boah. 永 отвle name fein. Ja, das ist doch nicht mehr, das ist doch nicht mehr Oh, schon will er in Deutschland, das geht so nicht Wollen wir mal Marburger, ob er uns einen eigenen Channel macht für uns beide? Macht er nicht Macht er nicht? Nein Warum? Will er nicht, er sagt, wir können Premiere Channel machen Können wir dein Passwortgeschütz machen? Äh, ist es jetzt ein bisschen besser geworden? Ein bisschen, ja Man hört es immer noch, was im Hintergrund macht Auch wenn du nicht sprichst Äh, ist es besser? Oder bist du nicht lauter geworden? Bist du nicht lauter geworden, bist du nicht leiser geworden? Was, bin du leiser geworden? Bist du nicht, bist gar nichts von beiden Ich bin nicht so schön Ich bin nicht so schön Ich bin nicht so schön Ich weiß noch, wo wir hier fahren müssen, weil ich die Strecke ja noch kenne. Das klingt nicht unruhig, auf LS11 die ganze Zeit zu spielen. Nein, bitte nicht. Ich will das Spiel jetzt die ganzen Tag spielen, die LS11. Das will ich mit... Oha, nee. Eigentlich nicht. Jetzt krieg ich darauf aber wieder Lust. Buddy, disconnect it from your town. Buddy, disconnect it from your town. Ey, mal Tegelspieg beenden, ne? Ne, ich hab's doch was da unten dacht. Ach so. Hupe. Ja, komischerweise, wenn ich nach hier irgendwas hier... äh irgendwas mal einstecken. Die Hupe hört sich an wie so bei einem alten, verschruppelten Auto. Ja, das ist klar. Es ist doch einfach ne Autohupe. Aber im Trecker, was soll das? Äh, lass tun wir mal. So, ist das jetzt ein bisschen dröscht geworden? Also ich hab eigentlich nichts verändert. Dann werden wir mal ein bisschen den Shop hier angedrucken. Ja, gucken wir mal weiter. Traktoren, Mähdrescher. Jetzt bist du ganz leise. Bist du ganz leise? Ja. Und jetzt? Jetzt bist du wieder normal. Ey, das ist doch trotzdem... Hab jetzt... Auf Extras... Auf... Na? Jetzt hab ich's auf Null. Im Street. Und jetzt hab ich, äh... Mikrofonempfindlichkeit ziemlich hoch gestellt. Okay. Ey, das ist zum Heulen. Der Mikrofonempfindlichkeit einstellen, ja. Ich glaube, das weiß ich auch. Oh. Aber ich hoffe, ihr habt mal einen kleinen Einblick davon gesehen. Ihr habt sogar noch PAX 2.3. Sogar die neueste Version von LS11. Und ich hab auch noch die DLC-Zeige euch mal in meiner Nase. Wenn ihr da noch mehr Folgen von sehen wollt. Was ich hoffentlich nicht hoffe. Wenn ihr davon jetzt in X-Playball dann rastet dich aus. Dann rastet dich aus. Am besten sagt ihr euch mal einen LS8 sehen. Hab ich mir auch noch irgendwo rumfliegen? Dann sag ich mal, ich bleib nicht viel zuschauen. Dann sag ich mal, ich bleib nicht viel zuschauen. Dann sag ich mal, bis zum nächsten, bis zum nächsten alten Game. Dann werden wir mal wieder ein bisschen attesten werden. Tschüssi-Gloski. Dann vac smile. Dann liegtilssonstricht.